Ich glaube, dass wir in den vergangenen drei Jahren auf mehreren Ebene schon bewiesen haben, dass wir hier einen besonderen Basketball spielen. Most Improved Player hatten wir jetzt zwei Jahre hintereinander. Wir haben ein besonderes Programm. Wir geben jungen Spielern, jungen deutschen Spielern auch die Möglichkeit zu spielen und auch erfolgreich zu spielen. Und wir spielen leidenschaftlichen Basketball. Jetzt für mich nicht verständlich, warum andere Vereine da vorgezogen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch irgendwann mal im Fernsehen stattfinden und dann natürlich auch ein gutes Spiel hinlegen. Hallo Sport1, habt ihr uns vergessen? Wir helfen euch auf die Sprünge. Das ist Trigger. Und hier in der Arena wird Basketball gespielt. Nicht nur irgendwie. Seit 22 Jahren ist die TBB erstklassig. Hier spielt ein hungriges Team mit echten Charakteren, in dem junge Spieler eine Chance erhalten, die ersten Schritte in ihrer Profikarriere zu machen. Trotzdem waren wir zuletzt am 30.10.2010 im Fernsehen zu sehen. Das muss sich ändern. Zwei Jahre Basketball im Fernsehen ohne die TBB sind lange genug. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Jungs demnächst auf Sport1 tanzen. Abonniert unseren Kanal und teilt unsere Videos. Zusammen schaffen wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017